Erste Kreisliga in Viert, zuführt in Unterausbach mit Elmar Schlang als Zellrichter. Gegen den TTC der Zell Fembach. Aufschlag filmen, Kesslinger, sein Bruder am anderen Tisch. Erste Kreisliga in einem Grosssitz. Ich stunde ... ... ... Oh! Ah, das ist nicht so gut. Ah, das ist nicht so gut. Oh, das ist nicht so gut. 1.1 1.2 1.2 2.1 1.2 2.1 Das ist nicht so. Das ist sicher. Ich glaube, ich glaube. Das ist ja das Zimmer. Das ist ja das. Besser. Schreit! 6-6. 6-7. Das war's für heute.